Hallo Nation, Nure Shahin hat es heute bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Der neue BVB-Trainer Nure Shahin dankte seinem Vorgänger Edin Terzic für die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Edin und ich waren ein Team, wir waren uns immer einig, sagte Shahin in einem Interview mit den Medien von Borussia Dortmund. Edin hat mir seine Türen völlig geöffnet. Alle seine Daten, seine Analysen, sein Training. Ich werde ihm dankbar sein, ihn so für den Rest meines Lebens. Shahin übernahm am Freitag die Nachfolge seines bisherigen Chefs Terzic, der erst einen Tag zuvor seinen Abschied vom BVB bekannt gegeben hatte. Mir wurden in den letzten sechs Monaten viele Freiheiten gegeben, ich konnte meinen Verein noch einmal kennenlernen, sagte Shahin über die Zusammenarbeit mit Terzic. Seine Beförderung zum Trainer bedeute ihm die Welt, so der 35-Jährige weiter, jeder kennt meine Verbindung zu diesem Verein, zu dieser Stadt, seine Verbundenheit zu Dortmund, aber auch die der Fans soll sich künftig auf dem Platz widerspiegeln, ich möchte, dass der Fußball, den wir spielen, in diese Stadt passt. Den Grundstein dafür will Shahin künftig Tag für Tag im Training bei Bracke legen. Hier muss der Geist geschaffen werden, hier müssen wir arbeiten, hier müssen wir leiden, hier müssen wir lachen, hier müssen wir weinen. Auch hier muss gearbeitet werden. Werfen wir alles auf die Waage, sagte er. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung. neben unserem Team gepl parent nach demόъkh. Einig like, Vielen Dank.